Hallo, guten Morgen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ja, ich verstehe mal wieder die Zweibeiner nicht. Also passen wir auf, ich bin ja doch schon öfter vorbeigelahmt und mir ist das Ding eigentlich nie so aufgefallen. Verstehe ich? Das war ja einfach nur so da. Aber jetzt habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht. Verstehe ich? Ich muss ja ab und zu mal denken. Und da habe ich mir Gedanken mit meinem Denken gemacht und haben mir gesagt, warum ist eigentlich hier mit dem Wald eine Schranke? Ja, es gibt ja hier keinen Zugverkehr oder so, ne? Ja, wenn auf der Straße, da kommt ja dann der Zug, wenn die Schranke ohne ist. Und der, 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 der fahrt dann dort dran vorbei und die Schranke ist, damit die Autos nicht auf der Schiene sind. Obwohl ab und zu sind die tatsächlich auf der Schiene und gehen dann auch noch kaputt gefahren. Das ist ganz, gar schlimm. Deshalb sind aber so Schranke da. Verstehe ich? So, und jetzt, warum ist hier im Waldmitte in die Wald eine Schranke? Jetzt habe ich mir gedenkt, das könnte ja auch Sinn, dass die Hirsche und die wilde Schweine, wenn die da vorbeirase, dass ich nicht auf der ihrem Pfad bin und rumgerast bin. Das habe ich mir gedenkt. Ja, das habe ich mir gedenkt. Da könnte man ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Aber ansonsten wäre die Schranke Quatsch. Hätte sie sich sparren können. Freunde, Kollegen, Kolleginnen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss, euer Merlin.